und action! Los geht's! Hey Uwe, es ist jetzt 7 Uhr morgens vor dem Frühstück. Jeden Morgen gehen Peter und ich laufen, um die Pumpe wieder fit zu kriegen. Schöne Grüße in die Heimat und drückt weiter die Daumen. Bis dann, wir müssen weiter. Okay, ciao. Das Zimmer Teuerkauf Heinevetter grüßt ganz Deutschland und alle, die uns die Daumen drücken. Wir werden jetzt mal zum Spiel machen. Christoph, wir müssen zum Spiel. Ja, ich bin bereit. Meine Grüße gehen nach ganz Deutschland. Danke, dass ihr uns die Daumen drückt. Und Ferry, toi toi toi, danke, dass ich hier sein darf. Lieber Raul, danke für die kalten spanischen Grüße aus Kiel. Ich habe mich sehr gefreut über deine Tuspo-Grüße. Action! Hallo, vielen Dank für die lieben Glückwünsche und Grüße, für die Unterstützung. Danke an mein Bruder. Hallo ihr Lieben zu Hause im kalten Deutschland. Liebe Grüße an meine Familie, meine Freunde und Bekannte. Ich grüße auch alle meine Bekannten, alle aus Goldstein, die Jule, meine Eltern. Und natürlich auch noch liebe Grüße nach Wetzlar. Ja, wir müssen sagen, eure Darwiedung in der Videobotschaft war wieder 1a. Vielen Dank. Also ich möchte erstmal bei den Wetzlarer Fans bedanken. Natürlich auch ganz Deutschland. Und ja, hier geht es weiter mit der Baustelle der Nationalmannschaft. Der Geist der 2007er Weltmeister ist immer noch bei uns. Hier zum Beispiel sehen wir den Kehrmann. Hey Alter, du scheiß ab, Mann. Danke erstmal für alle, die zu Hause die Daumen rücken. Danke auch an die Jungs vom Frischauf. Und Olli, schieß los. Und nur Spitzenschein, bitte. Okay. Die Gütze hat seine Freundin selbst gemacht. Hier, zack. Hallo, live aus dem Tuchelcamp in Spanien. Ich grüße ganz Deutschland und alle, die uns die Daumen drücken. Und Florian, ich wollte noch sagen, du siehst mit Baden so gut aus. Unser Rückbaumbomber tankt schon wieder Energie in der Bombonera. Und hier ist er. So Chef, tausend Dank für deine Grüße. Wir werden weiterhin alles das Vaterland geben. Hallo Sprengi. Ich wollte dir schöne Grüße aus Spanien übermitteln. Und ich habe mich selber deine Nachricht gefreut. Ja, eine Achte darauf, dass ich noch wenig Kohlen gerade ist. Hier ist Babans Abendbrot, oder? Was? 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 Was?